Go! Liverpool to Portsmouth Yeah that chorus of the crowd screaming AAAAAAAA 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 Schie! Und in der Ehe und willkommen zu einer neuen Folge Roblox nach einem... 1.000 500 400 300 300 200 100 100 Das ist ein regnerischer Tag Ein sehr regnerischer Tag Und ja, lass mal beginnen Soooo Vigino in Control Ah so, ich muss noch einsteigen So jetzt, jetzt Ok, ich muss kurz nachdenken Vigino in Control Also, das... Was... Ne? Haben wir das schon benutzt? Ach so mein Motorstein Ja mit Ehe was Das kann ich dann ungefähr mit Steuerkreuz oder so Das kann ich dann ungefähr mit Steuerkreuz oder so Was haben wir denn hier? Show Controls Ah, hier Ok, das haben wir offen Ähm... Wie fahre ich denn zurück? Ah, ok mit S Muss anscheinend der Motor starten Hä? Ach so, das ist die Bremse Ok Hallo Hallo Fahr zurück Ok, er fand halt vor Komm mal ein bisschen Kick und Verstöre ein bisschen Kick und Verstöre ein bisschen Aber ich brauch die Sorry dafür Wir versuchen mehrere Landebahnen hier Oder mehrere Flugzeuge Oder mehrere Dinge anzufliegen Und falls ihr zu schnell rad Und ähm... Ich erklär mal kurz Warum mir in letzter Zeit kein Video kam Ähm... Es lag daran Ich hatte eigentlich so vorgedacht Ja, machst du jetzt mal hier Ähm... Vielleicht ein Roblox X Santa best off Aber... Ich glaube es wird sich nicht lohnen Und dann hatte ich keine Zeit Und dann hatte ich keine Lust Und dann wollte ich ein Video machen Aber war zu faul dafür Und ähm... Ja Jetzt mal ein Video Und ähm... Ja, was kann ich noch so großartig sagen Dass ich zu schnell fahre Das ist auch Ähm... Ach ja Auch wenn es nicht schockieren anhört Aber mein PC ist so schlecht Das ist jetzt sogar Slyther.io Auf niedriger Grafik Nur mit so Fernbrüchen und Paruckels spielen kann Also... Das tue ich euch lieber nicht an So Lass uns mal abheben Ähm... Und ja... Hoffentlich überlebe ich den... Ähm... Die Landung Weil ich kann mich gut erinnern Dass ich das früher nie geschafft habe Ähm... Und ja Ey... Hier ab Hier ab Und wer ist hier ab? Äh... Ähm... Hier start Nein, das ist... Okay... Light... Ländigear... Brakes... Flaps... Okay... Ho... Huuu... Okay... Jetzt wird es wieder schwer Weil ich weiß... Hier am Boot Da ist ein... Ähm... Ja... Schnauze... Ähm... Da ist ein... Ähm... Gears... So... Einfahren... Ja... Und sie auch voll Okay... Lassen dann eine Bahn... Okay, jetzt geht's los! Schnauze... So... Rausfahren... Nein... Okay... 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 Ganz ruhig... Ganz ruhig... Ja... Also... Äh... Hier... Ähm... Nice! Also... Werden wir denn nochmal fliegen? Also ich flieg auch ein Realize Flugzeug Fliegenazur! 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 So... Weiter geht's! Nächstes Flugzeug... Nächstes Glück... Und... Äh... Ja... Ein bisschen großes Flugzeug... Aber... Okay... Es ist nicht so groß wie 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 davor... Aber... Sag mal bitte in die Kommentare... Ob ich gut fliegen kann... Bitte eine Frage... Ich versuche mich nicht... Aber... Wir geben erst erstmal Gas... Und... Ähm... Was ist das... Was ich fangen darf? Okay... Wegenwissen... Wegenwissen... Widerdangst... Ja... Das geht eigentlich noch... 30 Frames... Das geht noch... Das war es locker easy... Nächstes Flugzeug... Ich versteh dies rüber jetzt zwar nicht... Das geknüpft mal irgendwie... Ich versteh es nicht... Eeeeeegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay.... Ach... Ro- Öach... Oh mein Gott! Egal wir fahren jetzt hier mal ein bisschen wieder rum... Halt mehr ein bisschen das Tempo mal gelassen... Und ähm... Ähm... Was kann ich noch Gott sei sagen... Ich versuche ja ein paar Videos mehr hinterher zu schieben, es kommt darauf an, jetzt habe ich ein bisschen Angst, ob das dieses Pull Up und das Syncrate in die Körper mit geschützt ist, sonst kriege ich hier mega großen Stress und das will ich hier nicht. Bei Robots ist ein Spiel, da ist Justin Bieber Musik auch drin, ist da von der GEMA gesperrt. Ich weiß nicht, ob ihr von der GEMA Justin Bieber nicht mögt oder was daran. Ich verstehe nicht, warum ist Justin Bieber Musik verboten eigentlich von der GEMA? Egal, wir fliegen jetzt weiter Flugzeug und das Flugzeug ist viel zu schnell. Ich versuche jetzt mal nicht so wild, so wie gerade eben. Und wenn der mit seiner fetten Maschine da rüber saust, kommt er nicht drüber. Kann ich jetzt rückwärts? Nö. Oh, da wartet. Okay. Ehm. Oh. Oh. Holy moly, pepperoni. Okay wir drücken leicht von der Bahner. Ich glaube wir können abheben... Ja. Ich hebe ab. Jetzt will ich nicht singen, weil sonst hab ich noch zu ihrem Kopf mit Verstöße. So, wir müssen bestimmt oben bleiben. So, versuchen wir im zweiten Versuch. Noch mal in der Luft mit dem gleichen Flugzeug. Hier haben wir kurz noch das Boot, das weiß ich jetzt genau. So, jetzt wieder abgrenzen. Wo ist die Landebahn? Scheiß nicht, Leute, da. Da irgendwo, da da. Okay, da jetzt B einsetzen, so. Oh Gott, es geht daneben, es geht daneben. Oh! Oh! Oh my god. Breaks. Breaks. Oh, du, du, du. Breaks. Breaks. Oh my god. Nein, nein, nein. Sch, sch, sch. Oh my god. Ja, ja. schafft die sie im bau flugzeug fliegen was so ist es noch mal um wieder abzuleben da fing an es kommt mann preis irgendwie doch nicht hier suchen wir auf die andere Insel zurückzukommen was eigentlich sehr leicht ist und dann wir das geschafft haben können auch mal die Alben die anderen Welten erkunden und da machte so, oh wir landen gleich auf einer anderen Insel, einer fremden, ganz ganz fremden so, so mal meine Insel, ach gut, du schweiß es als Gebirge ist da auch, oh ich bin gerade schon tief hey das ist eine Brücke kann ich da durch? Schnauze, Schnauze warte mal oh, oh ah fuck, da kann ich durch, dass ich da, dass ich versuche da durchzufu- ah, das ist ein Flughafen oh mein Gott, das packe ich nicht, nein, 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 das packe ich gar nicht oh, 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 oh nein, 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 ja, 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 ah, Jesus Christ okay okay, versuchen wir das mal komm 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 dreh dich, nein, nicht so stark Oh mein Gott. Irgendwie landen, irgendwie landen. Okay, Flaps. Und Spoiler. Ich bin ein Profiler drin. Okay, Flugzeug gekentert. Versuchen wir mal was nehmen. Das ist was ganz grosses. Eine Boeing 77, die ist eigentlich sehr gigantisch. So. Die muss man mit ein bisschen größeren Maschinen. So müssen wir es auf unseren Standard-Diesel. Darum ein bisschen zu starten. Und, ja. Hm, der Sound. Oh, oh mein Gott. Oh ja, hohoho. Okay, ich will rückwärts. Wie kann ich rückwärts fahren? Das klingt doch mit S. Wollen wir noch S drücken, oder? Okay, okay. Nein. Nein, ich will rückwärts. Nein, ich will rückwärts. Nein, ich will rückwärts. Okay, jetzt nochmal. Los. Ich will rückwärts. Ich will rückwärts. Kann man nicht mehr? Es kann man nicht rückwärts. Oh mein Gott. Es wird rückwärts. Es wird rückwärts, Leute. Oder? Es wird rückwärts. Es wird rückwärts, Leute. Es wird rückwärts? Es wird rückwärts. Es wird rückwärts. Es wird rückwärts. Oh, es wird rückwärts. Okay. Ich glaube, die Bewegung ist zu leicht. Hallo. Ungefähr. Ich weiß, dass früher schneller rückwärts fahren. Pushbacks, ach Gott, ich bin eigentlich gar nicht so ein Flugfan, aber ich hab's mal gemacht, also hier das Spiel, also ich spiel's gerade nicht, okay, jetzt da, bitte. Na, ah, das macht man auch wieder Lufthansa so. So, da sind wir dann gekommen und jetzt zurück nochmal zum Stadden. Scheiße, ob wir auf einem Weg begleitet, wie man kommt. Eigentlich wollte ich ein anderes Spiel aufnehmen, aber da bin ich mir nicht sicher, dass so krass GEMA geschützt ist. Naja, Roblox ist ein sehr krass GEMA-Spiel, sag ich's mal so. Okay, fliegen wir mal los, ich bin nicht sehr gut in der Höhe. Da ist das Flugzeug. Ja, schnauze. Oh, hier ist jetzt ekelhaft, nachts zu fliegen. Okay, das ist die Insel. Oh, ich geh jetzt schon hoch. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ich hab vergessen die, nein, okay, jetzt geht's dann mal. Nice! Nice! Oh, wir müssen hier wieder ein wenig in der Höhe. Oh, wir müssen hier noch raus cross. We müssen hier jetzt nochmal raus,OOD- mitge. Wir müssen hier noch eine große L-2-2-3-4-4-5. Okay, einfach das ظ panel. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh! Oh, 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 oh. So, wir versuchen jetzt die coolen Instanz hinzubringen. Ich bin ja so ein harter Gangster am Fliegen. Und ja, meine Flugkünste, das ist eine Bombe. Und ja, lasst uns starten Kinder, lasst uns in den, okay, lasst uns in den Morgenstern, in den Morgenstern, aber egal, ach, ach ja, man fliegt einfach so und man fährt einfach so, ach, okay, man, ich lasse es mal. Oh, wenn der Rest nicht im Weg wäre. Okay, die Dinger scheinen irgendwie nicht mehr zu reagieren. Ich muss halt vorwärts fahren. Also früher ging mit S zurückwärts fahren, aber ich verstehe jetzt nicht, worum das jetzt nicht mehr geht. Oh, dieser Geräusch, die ist, die ist, das ist wie bei einem dritten Staubsauger an. Das sieht so krass aus, irgendwie, das geht aus dem Staubsauger. Ach, der scheiß Dunkel hier. Oh, jetzt werde ich irgendwie da von der Bahn abbekommen. Egal, Jodo, ich bin ein Profi. Ich mach so, also Profiflieger, die machen immer sowas. Ich weiß nicht mal, ob ich ein Flieger oder egal. Okay, wir machen die Challenge, wir fliegen da hinten in die Stadt, die grad irgendwie verschwindet und, ähm, fliegen dann einfach. Ach so, so, parkourmäßig. Ja, schnauze ich mal. Ich muss mal sinken. So, kann man hier irgendwo in der Stadt landen? Häuser, Häuser. Ich glaube, es ist bestimmt nur eine Straße, aber ich bin nicht groß genug dafür. Lassen mal gucken, so. Ja, pull up. Okay. Ähm. Los geht's. Oh, wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Fangen wir die Looping? Komm. 360 Grad Drehung. Bitte. Bitte. Äh. Wow. Hey, das ist ein Flugzeug. Wollen wir das mal reinquerschen. Oh. 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 Leute. Das war's erstmal für die Folge. Und. Ähm. Hoffentlich hat's gefallen. Weil. Ich hab's gedacht. Wenn das. Ähm. Dynamic Chips Simulator Spiel sich gut verkauft hat. Waren dann auch nicht. Ähm. Ähm. Versus Airlines. Dann spielen wir einfach. Ähm. Ich kann. Also bei. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht. Gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein Leute. Und ciao. Mike. Oh! 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 Oh. Oh! Bis zum nächsten Mal.